Guten Morgen! Heute ist der 12. Januar. Ich gehe von Pune nach Lavassa mit einem deutschen Freund. Los geht's! Schön und cool, 17 Grad. Und ein bisschen fuggiger. Viele Runners sind auf. Cyklisten mit mountainbikes und streetbikes. Es ist schön, dass es in Indien sehr populär ist. Ja, eigentlich. So, was soll ich jetzt? Giant? Es ist wahrscheinlich einfacher, als auf der Motorbike zu gehen. So, jetzt sind wir eigentlich aus Pune. Wir sind gerade über die Suburbs. So, es ist ein bisschen traffic. Guten Morgen! Und jetzt sind wir nahe der Dam. Kannst du es schon sehen? Da ist es. Tschüss. Das ist großartig. Okay, wir schauen uns mal. Ja? Wie geht's dir? Guten Morgen! Guten Morgen! Wir sind in der gleichen Gruppe, Kawasaki Gruppe. Oh, okay, okay! Guten Morgen! Guten Morgen! Es ist okay, du warst gerade auf dem Video. Das ist mein Freund Felix. Ja? Wenn ich dich und die 1,000 gesehen habe, dann habe ich gesagt, es muss passieren. Ich sah deine Videos auch auf YouTube. Ja? Okay. Ja, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Ja, ich wusste es eigentlich. Ja, aber ich dachte, ich hätte besser sein. Aber bitte schön. Nein! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, now we are entering Lavassa. I just realized the camera wasn't working, so I just hope that the that the cornering clips are recorded. But okay, I'll see that back home. So now we are going to this Fortune Hotel here in Lavassa. I was there, I think about a year back, and it was about to shut down. At least it was looking quite dead, though they were still serving something to eat. And the employees were saying they are shutting down. So let's see. I looked into the reviews, and there were reviews from four weeks back and one month back. So I guess either they managed to organize some money from somewhere not to shut down, or they got a new owner. But let's see what they are going to serve us. It looks nice, but somehow it looks like that the construction got stuck halfway before they could complete this location. Oh, that looks dead. Game over for the Fortune Hotel. Wasn't that Fortune? Das Fortune Hotel war nicht so Fortune. Wo soll man hin? Ich würde einmal kurz auf Google gucken, was die sonst noch gibt. oder schauen wir mal da, wo die ganzen Leute gestanden sind. Vielleicht ist da irgendein Restaurant, ja? Now we just decided that we go to the place where all these people were standing, so probably an indicator for our restaurant. Pause. Manson. offer 道 Voril ажу Okay, so we are at the American diner here in La Vasa and just enjoyed some breakfast over here. There was nothing American at the diner. It was just masala omelette and then idli and sambar and stuff like that, but it was very good. So recommendable place. My friend Felix from Germany and he is not from Germany, he is also from Tune because he lives in the hills. So now we have finished our breakfast in La Vasa city and now we are riding back to Corrigan Park. So now we are riding back to Corrigan Park. The camera is on. Let's check out the view. It's almost unrufbar. That's right. Okay, so here we have La Vasa from the top. I don't know if you can see that with the wide-angle lens of the GoPro, but it looks quite attractive. Let's check out. There we go. Thank you. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich finde, dass die richtige Fahrzeuge für die Indien-Road ist eigentlich ein Adventure-Bike. Ich war vielleicht mit einem 1200 Tiger oder einem GS1200 BMW, aber ich denke, dass ein 800cc Adventure-Bike ist, dass die Fahrzeuge für die Fahrzeuge gut ist. Mit der Fahrzeuge und der Vorteil, dass die Fahrzeuge für die Fahrzeuge gut ist. Die Fahrzeuge ist viel leichter mit Luggage und Power-Supply, wie USB und 12-Volt-Connection für den Kompressor. Und auch mit den Potholes und Speed-Breakers. Ich möchte jetzt mal schauen, ob die Tiger 900 kommt. Die werden wahrscheinlich einen großen Discount auf die restlichen Tiger 800 geben. Oder es werden einige interessante Offen für die Tiger 800 geben. Und es wird auch interessant sein, ob sie in den nächsten Monaten die 790-Adventure von KTM launchen. Und die 790-Adventure von KTM ist auch eine fantastische Fahrzeuge. Und dann gehen wir nach Hause und haben einen guten Koffer. Aber jetzt ist es nicht so, dass es hier nicht so ist. Die Temperaturen sind wirklich fantastisch. Die Temperaturen sind noch 24 C. Super, sehr schön. Ich spreche mit mir selbst. Das ist okay. So, wir sind zurück auf Burning Guard Road. Ist heute der Tag, wo du die Straße gehst? Wir sind hier in der Sonne mit einem Koffer. Das geht hier in der תезде, dass die Papi vieler selbst erwähnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so after the coffee at home outside on the veranda we decided to try out the new restaurant on north main road called wasabi japanese restaurant see you in a minute lunch at wasabi new japanese restaurant so let's see how it is so you have just come because we understand that you just opened the restaurant yeah when did you open the restaurant 19th of december are you the owner no you're the photographer yes me too look i'm making a motor vlog but uh we just came back from a ride to lavasa and then i told him there's a new japanese restaurant so let's just go and find out yeah but uh i think it looks promising yeah we should really try the sushi yeah that's why primarily the sushi is good yeah yeah so we'll have that yeah thank you very much sorry to say but they ran out of salmon this is practically 30 of their menu so we go to the scanner okay now another attempt we are to scano hi good afternoon you have steaks available yeah yeah okay good indian lamb chops is not there but i have a new zealand lamb chops yeah i'll have a look thank you very much so now sounds good let's go ahead to scano lunch attempt number two so to document our lunch menu i will have the tagliata di manzo as a tenderloin strips with rocket grilled mushrooms roasted rosemary potatoes with the fried egg parmesan shaving and balsamico and salad the scissor salad vegetarian what are you going to have we're going to have the panne with salmon penny with salmon yeah okay good so we'll order it yeah and then we'll give our expert review just the scissor salad veg and the bruschetto so chill yeah the strips looking really nice pasta is looking also really nice so let's see if it's only looking nice or if it's tasting nice okay guys cheers sunday afternoon so guys this is the end of the day i'm now i think three glasses of wine down and this is the end of the pune lavasa trip plus lunch okay guys see you next time bye bye you you you